Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6333 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist wichtig, dass die Zeichnungsberechtigung eines Prokuristen klar geregelt ist. Es ist wichtig, dass die Zeichnungsberechtigung eines Prokuristen klar geregelt ist. Was ist in der Flasche mit der roten Flüssigkeit? Auf der Flasche steht keine Beschreibung. Was ist in der Flasche mit der roten Flüssigkeit? Auf der Flasche steht keine Beschreibung. Was ist in der Flasche mit der roten Flüssigkeit? Auf der Flasche steht keine Beschreibung. Ich bin immer in Kontakt mit meiner Fotoagentur, sodass ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Er ist der Richtige für mich. Wann wird er endlich um meine Hand anhalten? Er ist der Richtige für mich. Wann wird er endlich um meine Hand anhalten? Das Restaurant ist bekannt für seine authentische Zubereitung exotischer Gerichte. Das Restaurant ist bekannt für seine authentische Zubereitung exotischer Gerichte. Das Restaurant ist bekannt für seine authentische Zubereitung exotischer Gerichte. Mir scheinen die Flügel zu groß zu sein, aber das Publikum liebt mich, wenn ich als Engel auftrete. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.